Hier präsentieren wir die 5 besten Elektro-Rasenmäher-Tests. Lass uns anfangen! Liste zu starten Nummer 5, Einhell Elektro-Rasenmäher GC-EM 1437. Mit einer soliden Leistung, die eine ordentliche und umfangreiche Behandlung Ihres Gartens gewährleistet, können Sie zusätzlich auf Einhell Elektro-Rasenmäher GC-EM 1437 zählen, die mit einer mächtigen 1400 W Carbon-Power-Motor ausgerichtet ist. Dieses Gadget nutzt rasenfreundlich und auch großflächige Räder gebaut aus hochwertigem Kunststoff, die der Lieferant Einhell seit mehreren Versionen aus dem Rasenmäher-Profil nutzt. Besonders in Bezug auf Haltbarkeit profitieren Sie von einem großartigen Design. Wenn die Rasen-Catcher Einhell Elektro-Rasenmäher GC-EM 1437 star gefüllt ist, der Hauf ausführen will werfen aus dem gemähten Rasen vielen Dank der speziellen Heckauswurf, was wirklich sinnvoll ist. Die Führungsschiene produzierte in einem ergonomischen Design, wobei Sie es ebenso schnell wie daher sparen eine Menge Platz aussteigen. Nummer 4 Makita LM3800 Elektro-Rasenmäher 38 cm Ihr werdet ebenso der Spezialist des Herstellers Makita-Werkzeuge. Angesichts der Tatsache, dass dieser renommierten Marke-Hersteller ist ebenfalls im Bereich der Rasenmäher-Stand sowie qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt bringt, wollen wir Ihnen anbieten die elektrische Rasenmäher mit dem Modellnamen LM3800 beraubt. Diese elektrische Rasenmäher eignet sich für kleine Gärten- und Rasentoolgröße weniger als 500 Meter. Aufgrund der Produktdesign profitieren Sie von nahe an Kante zu mähen, die in der Regel durch die ausgewogene, Räder. Sie können ebenso legen die reduzierende Höhe unabhängig voneinander in fünf verschiedenen Graden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3, Bosch Elektro-Rasenmäher Ötvenstrotak 650 Will man die elektrischen Rasenmäher und Gartengeräte vom Hersteller Bosch, nach, dass sie einen genaueren Blick auf die Ötvenstrotak 650 nehmen sollte. Diese Version ist mit einem 50 L-Gras-Fangkorb und 1700 W-Motor ausgestattet. Zusammen mit einer 41 cm Größe reduzieren kann die Höhe schneiden zusätzlich 20 bis 80 mm vorbereitet zu werden. Diese elektrische Rasenmäher stammen aus der Vielzahl von fortschrittlichen Tools von Bosch, die versprechen, den besten Wirkungsgrad für höchsten Anforderungen. Wie der Hersteller zeigt, die Ötvenstrotak 650 eignet sich gut für Rasenflächen bis zu 650 Quadratmetern. Nummer 2, Black Plus Decker BEM 461 BH Elektro-Rasenmäher mit Fahrradlenkergriff Wir würden sicherlich auch solche, die Ihnen einen gut ausgestatteten elektrischen Rasenmäher aus dem Markennamen Meka vorstellen. Black Plus Decker das Design mit der Version BEM 461 BH QS ist scharf, sowie leicht zu führen. Darüber hinaus dieser elektrische Rasenmäher bietet auch ein ergonomisches Design und auch geflügelten Klingen, die sicherlich ein gutes Schnittergebnis garantiert. Die gerade erwähnten geflügelten Klingen stellen Sie sicher, einen sauberen Schnitt. Als Folge der Klinge sind Stil, Verstopfung und auch Verklumpung, die eher am Rande des Messers ist, ebenfalls frei von Waren. Somit kann der gemähte Rasen viel einfacher genommen werden. Hierfür ist die 40 L Hofcatcher angeboten. Dies richtet sich ganz riesig, um sicherzustellen, dass kaum jemals Sie das Feld leer müssen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Ein Hell Elektro-Rasenmäher GCM 1743 HW Für eine noch bessere Effizienz der Einhell Elektro-Rasenmäher GCM 1743 HW profitieren. Dieses Modell verwendet einen 1700 W-Motor im Vergleich zu den GCM 1536. Darüber hinaus können Sie Funktion unten mit einem 43 cm verkleinern und auch nachjustieren die reduzierende Höhe 6 mal zwischen 20 und 70 mm. Vielen Dank an die Wies daraufhin, die Breite, daher können Sie sicher schnell mähen Ihres Gartens. Darüber hinaus benötigen Sie die größte mögliche Ergreifung Box, werden dann Sie auch sehr gut mit dieser Version serviert. Dieses Feld verwendet nämlich eine Menge von herrlichen 52 L, die sehr viel für einen kostengünstigen elektrischen Rasenmäher ist. Ein Hell beinhaltet darüber hinaus zusätzlich eine praktische Füllstandsanzeige auf dem Hofcatcher um sicherzustellen, dass Sie ständig genau, wenn Sie benötigen erkennen, um die Entleerung zu tun. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.